Hallo Leute, ich bin der Alguido Rutterbotsacher aus Tirol und bin da in Utendorf. Ja, ich bin immer gerne in Utendorf. Ich verbinde es natürlich mit der Rudolfshütte, wo ja wirklich klassische Klettereien sind. Utendorf bietet natürlich mehr. Kletzersteige darf man nicht vergessen im Gebiet des Weiße Um. Und ja, ich freue mich immer, wenn ich da sein kann und wenn ich begeisterte Junge und frage. Bergsteige kommen nicht so, aber klärt nicht. Wir sind heute hier bei uns beim Klettersymposium. Wir sind gerade im Boulderpark. So, hier unten bei uns beim Erlebnisball ist eben in Huido Rutterbotsacher. Die letzten zwei Tage hat uns schon der Peter Haberler begleitet. Da waren wir bei uns auf die Klettersteige oben. Weiße Gebiet, Alpinklettern, Sportklettern. Bei uns können wir ja in Utendorf Weiße alles machen. Wir sind heute in derzeit auf den pleasingen Pfe scenarios. Wie viele Leute haben es nicht falsch. Wie viele Leute haben es falsch. Weil Leute haben es nicht falsch. Und du braut. Wie viele Leute haben es nicht falsch. Und du braut. Denn wir haben es nicht falsch. Säge. Wir waren immer noch nicht genug. Wir waren immer noch nicht, Und wir waren die Kinder. Die Kinder sind. Die Kinder sind morgens bei uns unter Druck. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.